Mars. Vision und Mission. Eine außergewöhnliche Reise für alle kleinen und großen Marsonauten ab vier Jahren. Also in der Ausstellung geht es darum, die Erforschung unseres Sonnensystems. Im Speziellen legen wir den Fokus auf den Mars, auf den roten Planeten. Die Kinder sind manchmal außer sich, verfreut und wollen auch gerne wiederkommen. Einfach weil es so viel Spaß macht und auch eine Stunde sehr schnell vergeht, wie im Flug. Einsteigen und Abheben. Ein Highlight ist der Flug zum Mars für unsere kleinsten bis zehn Jahre. Ihre Mission? In einer Crew erfahrener Marsonauten die Marsoberfläche erkunden, Marsgestein auf Spuren von Leben untersuchen und die Raumstation entdecken. Von den ersten Visionären bis zu den Missionszielen der großen Weltraumagenturen des 21. Jahrhunderts. Eine aufregende Mars-Expedition für Jung und Alt. Den roten Planeten hautnah erkunden, interaktive Exponate bestaunen, einzigartiges Bild- und Filmmaterial erleben. Eine faszinierende Entdeckungsreise. Visionen zum bemannten Flug zum Mars, Antriebe der Zukunft, Raketentechnik, mögliche Lebensräume auf dem Mars und vieles, vieles mehr. Auf den Spuren des roten Planeten. Im Isenburg-Zentrum noch bis zum verkaufsoffenen Sonntag am 13. September. Besten 1.12.